guten morgen liebe leute heute ist ein neuer tag angebrochen das ist der erste februar und ich bin noch immer in meinem hotel estoril es geht mal zuerst zum frühstück und danach zur erkundung der insel boa vista also da freue ich mich drauf und bevor ich jetzt die räumlichkeit verlasse wollte ich sie noch mal euch zeigen der weg zum restaurant führt einfach jetzt die treppen darunter überall sind blumen anzutreffen so zum beispiel auch beim eingang ins restaurant nach dem guten frühstück darf ich mich jetzt auf den weg machen mein erster weg führt mich einfach in die dünen von boa vista um dorthin zu kommen muss ich jetzt nur paar meter entlang meines hotels laufen und schau mal mir öffnet sich eine wunderschöne landschaft mit dem strand von estoril mit einem klaren turkisen meer an dessen strand diese kunstwerke aufgebaut sind aufgebaut aus den steinen der korallen und dieses kunstwerk schützt einfach vor dem wind ich laufe jetzt dem meer entlang auf dem ich verschiedene boote entdecken kann und aktivitäten zum segelsport so kann man seine freizeit hier auch verbringen entlang des strandes befindet sich jetzt ein häuschen in dem sich eine bar und ein restaurant befinden und genau hier sollte man ein bisschen verweilen einfach die natur geniessen dieses haus beinhaltet auch ein shop mit schwimmer ausrüstungen und was hier noch besonders ist man kann diesen ort als fotomotiv nutzen schaut mal wie schön es hier ist und als nächstes laufe ich jetzt diesen weg entlang in die dünen rein diesen platz müsstest du in erinnerung haben genau an dieser stelle wurde vor jahren mein anfangs film produziert somit laufe ich auch heute noch jeden film diesen strand entlang eine veränderung ist da der baum ist nicht mehr grün für mich persönlich ist es einfach aufregend hier zu stehen und die vergangenheit zu spüren somit kann ich auch sehen dass eine veränderung da ist die zeit bleibt nie stehen wieder mal angekommen an einer der skulpturen der natur also wenn du von dem strand estoril dem strand carlotta entgegen läufst dann triffst du jetzt diese formationen an du solltest nicht erwarten dass das gleiche bild dich antrifft weil die formationen ändern sich von tag zu tag aber es ist einfach wunderschön hier zu stehen und einfach diesen türmchen zuzuschauen von meiner sicht aus einfach klasse und gleich neben dem strand auf den dünen befinden sich diese pflanzen diese gebüsche in grüner farbe ein wunderschöner kontrast zwischen der grünen farbe des baumers und des weißen sanders sind diese dünen vergleichbar mit anderen dünen auf anderen inseln da muss ich sagen ja mit den dünen aus gran canaria aber da jede insel ihre eigene gestaltung hat sind diese dünnen als sehr klein und sehr viele an der zahl überall neben dem meer wird gebaut somit wird das aqua beach restaurant auch erweitert und da ich euch die kapverdische flagge noch nicht gezeigt habe hier wählt sie auf diesem restaurant ich laufe der küste entlang und schaut mal her wie sich wieder ein neuer platz eröffnet er spendet nicht nur schatten sondern bringt einfach meine gefühle durcheinander wieso denn durcheinander weil ich immer begeistert in neue schöne plätze zu finden und der ist es auch ein wunderschöner abschnitt ist auch der abschnitt morabesa in einer idyllischen landschaft gleich neben dem meer kann man hier auch bei einem getränk diese blumen und das meer geniessen und denjenigen den den hunger packt kann einfach hier in diesem restaurant ganz ruhig am meeresrand essen so zum beispiel wurde hier als tisch einfach ein baumstamm benutzt die natur ist hier überall präsent und derjenige der seine ruhe einfach in so einer hütte sucht hat sie auch hier gefunden und da ich euch jetzt genug von dem meer gezeigt habe möchte ich jetzt euch die schönheiten der stadt salre zeigen ich laufe durch straßen mit großen plätzen vorbei in denen sich viele geschäfte befinden nach einer langen zeit hat man sich hier beschlossen das zentrum umzugestalten deswegen ist auch hier eine große baustelle ich habe jetzt entschlossen einfach diese nebenstraße entlang zu laufen und egal wie man das dreht kommt man immer zum meer heraus auf der strand promenade entlang gelaufen komme ich jetzt auch an diesen schönen punkt und was findet man an diesem platz einfach ein großer platz neben einem strand der auf einer seite ein museum hat das museum der archäologie das zu jeder zeit besucht werden kann ich werde meinen weg jetzt weiter setzen einfach dem strand entlang nur paar meter weiter gelaufen kann ich entdecken dass hier auch der hafen versteckt ist und genau hier kann man bemerken mit wie viel aufmerksamkeit hier gearbeitet wird und nachdem jetzt dieses boot hervorragend geworden ist werde ich mich jetzt wieder weiter auf den weg machen nur paar meter vom hafen entfernt liegen jetzt diese bunten häuser und eines dieser häuser beinhaltet eine bar diese bar heißt casa rosa und ist mir aufgefallen nicht nur durch die architektur sondern auch durch die möbel und da das restaurant casa rosa mir von außen sehr gut gefällt laufe ich jetzt auch mal rein und gleich wenn man reinkommt hat man hier wie ein empfangsraum das ist nicht alles sondern man steigt hoch zum ersten stock wow und das kann sich wirklich sehen lassen man befindet sich hier auf einer terrasse mit tische und stühle mit der schönsten sicht auf das meer du möchtest bestimmt hier auch eine zugabe die bekommst du am zweiten stock und das ist der mega blick von hier oben also ich kann die casa rosa nur empfehlen es ist einfach ein highlight und die eigentümer die kommen einfach aus deutschland nur paar meter von casa rosa entfernt liegt jetzt einfach diese malerische bucht mit vielen boten am meeresrand und auf dem meer so zu sagen sie nicht nur die fischer mit diesen boten unterwegs sondern auch die kinder so wird das fischen im frühen jahren schon gelernt ich laufe jetzt wieder mal ein stück durch die stadt und da beeindrucken mich wieder die bunten farben der gebäude auf dem weg weitergelaufen komme ich jetzt an praia de cabral ein strand der durch seine dünen mir auffällt auf der rechten seite meines weges kann ich jetzt ein see entdecken in diesem see befinden sich ganz besondere pflanzen und hier nisten auch ganz besondere vögel und mein ziel ist jetzt nicht diese appartement anlage sondern diesen berg der vor mir liegt das ziel liegt jetzt vor augen und auch der strand praia da cruz wieder mal ein schöner fleck auf der welt in meinen augen ist das die schönste bucht der welt einfach durch die gestaltung der natur du möchtest jetzt ganz bestimmt die ganze gegend sehen die kannst du jetzt haben dieser schöne ort kann auch deine kulisse werden du musst dich nur mal trauern auf die insel boah vista zu kommen am gleichen ort bin ich noch immer und suche das resort das mal hier früher funktioniert hat heutzutage sieht alles wie verlassen aus man sieht überall wird daran gearbeitet eines tages wird dieses resort wie vom märchentraum aufwachen und entlang dieses ressorts gibt es ein pfad auf die man als tourist frei laufen kann hier befindet sich auch eine terrasse die in das meer reingeht leider heutzutage auch in renovierung auf diesem weg erwarten mich viele aussichtspunkte in dem ich viele buchten antreffe an dem das meer einfach an die felsen schlägt stürmisch und zugleich schön zu betrachten ich werfe mal den blick in die andere richtung und kann sagen dass diese anlage mal früher wunderschön war bei so einem luxus könnte man sich gut gehen lassen aber sozusagen auch mit wenig geld kannst du diesen ort besuchen ich mach dir es ja vor dann kannst diese natur diese berge kostenlos erleben mein weg zu meinem nächsten ziel ist voller überraschungen somit habe ich hier entdeckt eine umgeknickte palme die weiter sprießt und das grün am leben erhält das grüne pflanzen ist hier überall anzutreffen somit auch an allen meinen afrikanischen bäumen durch fels und stein geht es weiter an höhlen und bergmassiv vorbei die man stundenlang bestaunen könnte eins meiner nächsten sehenswürdigkeiten liegt jetzt vor mir das ist die kapelle fatima idyllisch gelegen im norden der stadt salre diese sehenswürdigkeit bietet nicht nur schutz den gläubigen sondern sondern auch den touristen meistens auf der insel weht ein starker wind hier im schutze der kirche hat man jetzt ein stilles örtchen wenn du schon den weg gemacht hast bis hierher lohnt es sich einfach auch einzutreten hier den altar zu bestaunen und hochzuschauen zur heiligen maria nachdem ich eine runde um die kirche gedreht habe kann ich von hier oben den berg wieder entdecken die landschaft boavistas mit dem weiten felder und auf einer seite mit dem unvergesslichem blick auf das meer nachdem ich jetzt diesen weg genossen habe kann ich euch sagen dass diese insel noch viele plätze hat die entdeckt werden müssen der weg zu meinem hotel verläuft auf dem gleichen weg wie hergekommen somit streife ich wieder an den gleichen landschaften vorbei ich muss sagen nicht immer muss ein urlaub teuer sein also meiner zum beispiel kostete 510 euro dazu gehörte der flug von düsseldorf nach boavista für 350 euro und das hotel estoril für 160 euro mit halbpension und wenn man viel im internet sucht dann findet man auch somit bin ich ja auch hier gelandet aber jetzt so langsam kommen wir zum schluss genau an dieser wunderschönen stelle ich kann sagen es war ein erfolgreicher tag mit den highlights von hier aus boavista und somit schließe ich für den heutigen tag den film aber wir sehen uns ja morgen wieder wieder mal hier auf der insel bis dahin wünsche ich euch alles gute macht's gut ciao